Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Grundkursboden.de. Ich habe entschieden, dass es mal wieder Zeit wird für einen Outdoor-Vlog. Und ich bin mit ein paar Freunden, mit Denise, Cindy, Daniela und Tristan im Höhloch in Thüringen. Das ist eine knapp 25 Meter tiefe Höhle, 15 Meter hoch, 20 Meter hoch, weiß ich jetzt auch nicht so genau, die ungefähr 80 Boder beherbergt im Gradbereich von 5 bis 8 A oder 8 B. Also auf jeden Fall reichlich zu tun. Und ich war letzte Woche schon mit Denise hier und wir haben beide einen Boder eingefasst, ausgebodert und dann am Ende auch nicht klettern können. Also es ist die Tagesaufgabe erstmal, den abzuhaken und dann schauen wir mal, was sonst noch so geht. Und jetzt zeige ich euch erstmal diesen Laden hier. Und da sind schon mal die Damen, schön am warm machen, wie sie es gehört. In der Mitte sind die mit der Banane. Warm machen mit der Banane, Schneidi beim Yoga und Daniela. Ja, die sitzen gerade mitten im Eingang dieser riesigen Höhle. Wie gesagt, ein Mutzteil 15 Meter hoch oder 20 Meter hoch. Ich kann das gar nicht einschätzen. Auch etliche Kletterrouten drin, hier vorne im Bereich. Und dann gibt es, die Sonne scheint gerade ganz schön rein, dort hinten an der Wand eine ganze Reihe Boder. So, da ist die sogenannte Hundehütte und dann geht das hier wirklich einmal hinten durch, einmal an der ganzen hinteren Wand lang. Es sind überall Boder. So, jetzt müssen wir ganz, ganz still und vorsichtig sein. Denn ich habe mir gut bekommen, dass hier ein sehr, sehr scheues Tier unterwegs ist. Da hinten, da hinten ist es, ein wilder Boderer. Oh nein, wir hatten es gesehen. Und er ist weg. Das war dann übrigens Tristan. Angekommen in Thüringens Boderhöhle Nummer 1 und mein Plan für heute ist, den Boder Barriertagliularis zu machen. 6C plus 7A. Und der sollte irgendwo hier anfangen. Wenn ich mal ein bisschen zurückgehe. Hier werden wir sehen, dass es hier so viele Linien gibt, dass es gar nicht so einfach ist, was zu finden, wo es lang geht. Aber ich vermute mal, ist es irgendwo dort statt. Tiefen sitzen aber dort im X, glaube ich. Und dann sollte es irgendwo hier so durch und dort raus hochgehen. Und statt. Direkt verfehlt. Du warst ein bisschen drunter. Du warst genau, also es war genau die Richtung, aber du hättest noch einen Zentimeter höher gemäßt. Ach, hui, das geht ja alles so weiter. Also da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen optimieren. Schön. Das, die 5A. Sehr, sehr guter Griff, wenn du willst. Das, die 5A. Ui, 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 ui. Stark. Stark. Na, guck mal. Flash. Pew. Schön. Stark. Nice. Was ich mir vorgestellt habe. Wenn ich meine Füße gleich richtig weit hoch nehme, das ging nicht. Ja, okay. Ich stehe halt mit links verkehrt. Ich hätte dann links irgendwie hier drüben was gebraucht eher. Ja, zu viel Auswahl. Der ist vielleicht glatt, aber das geht tatsächlich mit dem. Ja, das geht nicht. Ja, das geht nicht. Sehr schön, Klinika. Liedum. Boah, stark. Oh, shit, shit. Das war's für heute. Aua! Ah, das ist nicht so rau. Schmerzhaft. Also die Züge sind gut drin. Ja, ja, ja. Gut kärfen. Das ist schön. Füße müssen sitzen und wenn ich einmal hier draußen bin, ist es tatsächlich nur noch ein Schmerz ignorieren, weil ab hier wird's schmerzhaft. Ja, komm. Schön drunter hängen. Ja, ja. Und guter Griff oben. Komm, richtig guter Griff. Wirklich. Kelle. Glaubst du mir nicht? Doch, ja. Aber es war so, die linke halt. Rechts los und links festhalten. Deswegen hab ich mich hochgearbeitet. Sehr gut, sehr gut. Ja. Super. Komm rein. Ja. Fäde dich schön ein. Ja, das geht. Das geht. Warte mal. Geht. Warte mal. Geht. Warte. Noch weiter. Mit. Zu knapp. Das geht's doch nicht. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, das war auf jeden Fall super. Spannung mal kurz mal da, jetzt ist weg. Einfach durch. Das sieht man schon beim Jorken, ihr stiebelt überall schon Haut ab. Die Flüsse krekt. So. Kann ich jetzt jetzt hier? Gibt's Trugart. Na ja, gut. Ja, nee. Trotzdem. das ist so ein zentimeter blockierkraft fehlt aber trotzdem gut beim nächsten mal wird es einfach weggezogen beim nächsten mal mache ich einfach meinen zehnten flasht drauf und dann flasht dann wird er geflasht ein retroflasht auch nicht schmerzhaft ja dann kommen zwischen ja mal schön hast du gar nicht schlecht ganz kurz also ich habe es auf jeden fall gemacht ja jetzt muss ich das noch einfüllen das ist genau was du machen musst komm komm ja das sieht aber gut aus ja aber das forschen ist nicht mal also ich musste in einem irgendwas anderes machen so die Mädels arbeiten noch hart an mir von Peter ja versuchen immer noch den richtigen Tritt zu finden alles gar nicht so einfach jetzt schaue ich mal ob ich hier auch hier zurechtkomme ja fehlt war schockiert war schockiert weiß war schockiert oder war schockiert war schockiert war schockiert war schockiert war sich war schockiert im 100g schockiert Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Erst konnte ich die Linie nicht finden und als ich dann eine Idee hatte, wo es lang geht, war unsere Zeit zu Ende und wir müssen wieder zurückfahren Ja, komm, komm, weiter Untertitelung des ZDF für funk, 2017